Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Modern Warfare. Es war definitiv nicht meine beste Runde, aber ich wollte meine EBR 14 weiterleveln und das Beste war, wie ich dem gegnerischen Sniper die Ehre genommen habe. Das war einfach genial, da habe ich mich gefreut wie Schneekönig und ja, das war es auch schon mit dem Intro und nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Ich bin David Copperfield. Besser! Copperfield ist ein Lehrling gegen mich. So, auf geht's. Mal sehen, was es sich machen lässt mit der EBR 14. Bin ich ja noch nicht so gewohnt. Ach shit, den habe ich verpasst, Mist. Aber ich glaube, den hätte ich auch nur mit einem Headshot weggekriegt. Nein, das sind die Kumpels. Das sind die Kumpels überall. Das sind die... Oh, den habe ich gut weggemacht. Da. Komm, 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 geht! Sehr schön. Speckkäfer. Eigentlich hätte ich das so gewinnen müssen. Ich habe zu spät geschossen und auch noch vorbei. Loser! Nein, warte mal. Komm, ja, zack. Genau, wieder ein Abschluss mit dem Molotow-Cocktail. Das brauche ich ja. Brauche ich ja noch einmal Abschüsse mit dem Ding. Nein, nein, nein. Speckkäfer, Kumpel. Ja, ist ja gut. Ja, ich habe es ja kapiert. Ja, ich habe es ja kapiert. Wie sie schon wieder da oben alle drinnen hängen im Schuhladen, oder was das da ist. Feindlicher Marschflug, Körper im Anflug. Zu zweit. Kein am Gerüst. Alpha wird gesichert. Das Team bei B unterstößt. B. Ich eile. Oh, da ist doch gar nichts. B ist doch völlig intakt. Komm, zeig dein Köpfchen. War noch einer? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Oh, Sniper. Ui. Warte. Was? Kurze Orientierungsprobleme. Komm, komm, geh, geh, geh. So, auf zum Sniper. Sniper. Falls er noch da oben liegt, kriegt er jetzt die Packung seines Lebens. Den schieße ich von dem Planken runter. Komm. So, aber jetzt. Versuch Nummer zwei. Ich glaube, er liegt immer noch dort. Wird seinen fetten Arsch wohl nicht wegbewegt haben. Komm, 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 komm. Schieß, schieß. Triff. Nein. Okay, andere Idee. Andere Idee, anderer Weg. So, jetzt schleiche ich mich von hinten ran und haue mal Totenstille rein. Da war er doch, oder? Das ist er doch. So, jetzt. Und? Das war Erniedrigung pur, Jungs. So möchte man nicht sterben. Da lieber lasse ich mich abknallen. Aber das ist ja jämmerlich. Da freue ich mich. Dem habe ich es ordentlich gegeben. Nein. Was? Alter, was habe ich da für akrobatische Kunststückchen verführt? Komm, komm. Manchmal hasse ich mich. Für meine... Für meinen scheiß Aim. Kurz gucken. Keiner da. Sonst stehen die Brüder doch öfters mal da oben und gucken raus. Ob sie dich nicht hinterrücks abknallen können. Bam, bam. Yes. Oh. Ui, ui, ui. Wo kam das her? Naja, mal sehen. Feinde am Gerüst. Feinde bei Alpha. Ja, bravo. Okay. Sehr schön, Jungs. Gib, gib, gib. Bravo könnte noch einen Rest... Ein Restgutachten vertragen. Achtung. Bravo gesichert. Das ist er doch wieder. Yes. Ha. Kanalratte Elende. Kretzekäfer. Nein, den Bus. Den Bus. Er steht immer noch oben. Kumpel Plaza. Hier werden zwei Bravo gesichert. Ja, jetzt bin ich bei Alpha. Überall wirst du gebraucht hier. Warte, Kumpel, ich helfe dir mit. Gib. Da, da, zack, zack. Komm, komm. Ja. So. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Waffe wechseln. Nein. Nein. Ah. Ich wollte doch eigentlich nur die Waffe wechseln. Hab mich vertippt. Scheiße. Was für ein unnötiger, sinnloser Tod. Alter, dieses Gewackel. Junge. Junge. Ja, ich nehme Alpha. Was? Wo? Dahinten? Ich sehe nichts. Dort am... Am... Hä? Da war in dem Bus, oder was ist da los? Da kann man wo rein? Das wusste ich gar nicht. Da war ich noch nie. Ich meine, ich war schon dahin, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, da in den Bus einzusteigen. Feind. Viel Feind, viel R. So, ich nehme Bravo ein, Jungs. Ui, was ist das? Weckgemacht. Oh, scheiße. Wunder, wo ist er? Wo ist er? Zeig dein Köpfchen. Auf das ich dir die Kugel geben kann. So, komm. Andere Knarre schnell. Ja, sehr schön. Ui, was ist das? Nein! 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 Wo? Oh. Wieder ein jämmerlicher Tod. Der mir auf den Sack geht. Mann. Konzentrierte ich alle. Komm, Kumpel, helfen. Yes, yes, yes. Und B. Hol B. Scheiße, nein. Oh. Sieg! Okay, 14 Kills. War jetzt nicht so schlecht, wie ich dachte. Also, also weniger. Wow. Jetzt nicht der beste Run, aber war schon okay. Oh. Sogar letzter Abschuss. Nice. So, was sieht man doch immer wieder gern. Yes. Beckham. 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 Thank you. Needかな.